hallo und herzlich willkommen bei red.com ich spiele heute mal wieder sowie in letzter zeit nur noch free fire und ich spiele br ranking ich möchte den fünften stern von einem meister von der hero league aber ich komme da nicht hin deswegen probiere ich jetzt zwei runden zu spielen ok ranking platz bin ich mal wieder auf platz eins ich hoffe ich kann es auch bestätigen dass ich jetzt der beste spieler hier bin ich habe ja leider nicht immer schauen wir jetzt mal wo gibt es die gegenstände da 1 anvisieren und abspringen jetzt 1 karte rein markierung weg wieder 1 und weiter geht es dann ist das hier dahinten da da ist die truhe kommt immer hier rein erst so und jetzt rüber ich muss immer noch so oft auf der tastatur schauen das ist bei mir voll der nachteil ich weiß zwar wo die tasten sind aber auch hier habe ich immer angst daneben zu drücken aber auch die hier oder da ist ein rucksack ein großer rucksack meiner ist halb voll also habe ich doch ein bisschen zeit vielleicht finde ich ja noch einen anderen rucksack ich renne hier immer so meine route ab bei sip die nehmen wir mit ich war noch nie da drinnen auch da irgendeinen schlüssel für wo kriegt man den schlüssel her das ist er und schon habe ich aber auch überrutschen aber keiner hier ist so gut also bestimmt keine mpcs dabei was ist das ist das ein scharfschützengewehr die 36 ach da war ich doch schon drinnen ja das ist scharfschützengewehr ja dass ich zwei zwei die die Wollen wir ein paar MPCs zu uns locken? Wenn welche in der Nähe sind, kommen sie gleich hierher. Vielleicht habe ich keine Milizierung mehr. Ja. Ah. Achso. Ich brauche Munition. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt muss ich aber gehen. Das war treibend Spieler gewesen. Das war treibendlich. 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 kiste ja schön 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 supi oh da auch das schön kiste ja Ich habe einen Schlüssel. War das ein Schlüssel? Ah, voll daneben. Ich habe einen Schlüssel. 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 So wird es gemacht. So, die Punkte kriege ich. 26. Na gut. Bis gleich. Juhu. Beherrscher. Ich bin nur Beherrscher. Rehnkämpfer. Was bin ich noch? Beherrscher. Okay, Rehnkämpfer. Okay, die Runde 2. Ich werde die gleiche Taktik wieder machen. Und den Computer. Die Spieler. Die Computer. Oh, das gleiche Runde. Schön. Wollte gar nichts aufschreiben. Gut. Ich werde das gleich machen. Ich fahre da irgendwo mit dem rein. Setze mich da in ein Haus rein. Und probiere die ganzen NPCs anzulocken. Wie ich das denn gerade auch schon mal gemacht habe. Halt, dumme KI. Die rennt dann zu mir hin. Und dann wartet sie da. Oder was heißt, wartet sie? Die rennt zu mir dann hin. Und. Ich mache. Bom, 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 bom. Wie. Da hinten müsste Auto stehen. Nee, kein Auto hier. Okay. Ich muss auf Toilette. Ich hoffe, dass da auch keine 14 Minuten die Runde ist. Ja, den P40 brauche ich nicht. Die finde ich ein bisschen doof. Da ist ein Rucksack. So. Schon mal einen großen Rucksack. G36. Ich habe auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr. Das ist schon mal nice. Ah, da. Ich muss auf Toilette. Ah, ich habe das hochzulaufen. Ich probiere es aus. Äh, schneller. Nee, die wird schon kleiner. Ich muss schon raus hier. Wo muss ich hin? Habe ich den Schüsse von vorhin auch? Oder? Geht der mir nur für die eine Runde? Schauen wir mal, was hier liegt. Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Weste. Und dahinten steht ein Auto. Und dahinten steht ein Auto. Aber ich weiß nicht, wie man die Skins von der Machete ändert. Das weiß ich leider nicht. Ah, ich schaue mal, ob ich den Schlüssel noch habe. Ich glaube zwar nicht, aber man kann es ja mal probieren. Okay. So. Schauen wir mal, was da schönes ist. Nix. ... ... Das war's. Kommt wer denn her? Hab ich ja gar nicht gesehen. Ah, ich wollte gerade den Piss einsammeln, aber ich habe gesehen, meine EP-Leist ist wie so fast voll. Da kriegt das glaube ich nicht schien. Da kriege ich auf jeden Fall ja heile Klamotten her. Oh, das schaffe ich locker. So, nur mal. Gehen wir mal in der Hocke. Jawohl, heile Sachen. Ich passe immer noch auf Toilette. Toilette, Toilette. Aber ich will ja auch nicht verlieren. Okay, perfekt. Voll ausgerüstet. Jetzt kann ich nach unten in der Hocke hinlaufen. Schauen wir mal, ob hier ein Manikiken rumläuft. Ich hoffe ja auf jeden Fall nicht, dass wir in ein Ding ins Kampf kommen. Auf so einem Feldkampf. Ich habe nur ein Scharfschützengewehr und... Ich sag mal jetzt... Häuserkampf. Ach nein. Es wird ein... Es wird ein Kampf um Häuser. Äh... Nicht Innenhäuser. Äh... Ihr wisst, was ich meine. Warte mal. Kann ich vielleicht da reinlocken? Damit weniger NPCs da sind. Ich setze mich in so ein Zelt rein. Knall ein paar mal rum. NPCs in der Nähe hören das. Kommen vorbei gerannt. Problem hierbei ist ja auch... Die Leute, also die NPCs. Oh, was liegt denn da noch? Nichts Gutes. Okay. Ein ganz magatzimter Ballern. Guild Wars 1 Und warte. Noch höre ich keinen, der vorbeikommt. Und das verkleinert sich so, dass das Held weg ist. Nein! Okay, jetzt kommt keiner. Komm hier rein. Ah! Ist das ein Spieler? Scheiße, ich muss hier raus. Ich will hier raus. Nein! Ich bin voll in der Falle. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Ja, toll. Zubi, perfekt. Genau, das habe ich gebraucht. Jetzt muss ich auf die Rette. Deswegen sage ich mal, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nichts mehr überlegt seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Beherrscher. Beherrscher. Schafft es auch noch, du Beherrscher? Okay, und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020